Ich mache das mit dir. Geh weg mit Uncle Marybeth, da sind sie auf der Straße. Okay, danke Arthur. Yo, heute zurück zu Red Dead Redemption. Wir haben ja Tillie mal gerade hier in Valentine von diesem Ärger mit dem Typen da gerettet. Karen ist hier noch im Hotel. Da ist das Hotel, ne? Ja. Schauen wir mal. Eigentlich schon, wenn du sprechen könntest. Nö. Ich guck mal, wo die anderen sind. Keine Probleme jetzt, bitte. Tür eintreten, okay. Hey, Junge. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Ich versuche ihn zu spielen, nicht sehr gut. Du bist okay? Okay. Du bist sicher? Ja. Nichts. Nichts, nichts zu bemerken. Nur Menschen. Aber... Der schlusser Mann... Der schlusser Mann war über die Bank. Bank? Natürlich, ich weiß. Ich weiß, dass die kleine Banken meistens ein Verlust von Zeit sind, aber es ist eine Lebensdokt-Town. Es gibt manchmal viel Geld. Okay. Ich versuche dich. Ich versuche dich. Ich werde. Warum wundert mich das nicht? Nee, komm. Ich mache nicht alle zu. Oh, scheiße. Ich muss alle zu machen. Ja. Richtig so. Okay. Dann gehen wir. Das Schloss muss ein andermal repariert werden. Ich hoffe, dass alles gut ist. Absolut. Tschüssi. Mit dem Typ kann man nicht reden, ne? Nö. Ich habe definitiv gesehen. Ich habe dich mit ein paar Leuten gesehen. Ich bin? Nein. Nein. Ich kann nicht. Ich habe dich. Ich habe dich. Komm her. Komm her. Komm her. Ich mag das. Me neither. Ich gehe die Mädchen nach Hause. Ich werde mit einem Freund mit meinem Freund. Be careful, Arthur. Nur ein Wort. Ja. Oh, ich habe mich. 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 Ich habe mich hier. Jetzt. Oh, der ist durch die Scheune durch. Scheiße. Da hinten ist er, ne? Ist halt ein bisschen blöd. Oh, runtergefallen. Ich will keine Probleme. Hilfe! Hilfe! Warum? Du erzählst lies über mich? Nein. Nein. Ich habe es falsch. Ich habe es falsch. Ich habe es falsch. Ich habe es falsch. Jetzt bitte, ich helfe mich. Ich habe noch nie in Blackwater. Dann warum du mich schießt? Ich habe eine schade. Ja. Ja. Ich auch. Jetzt bitte, ich helfe mich. Bitte. Ich kann nicht mehr aufhalten. Ich muss mich mehr aufhalten. Alles klar. Komm mal. So, außer jetzt hat er mir erst mal auf die Füge, ... ... auf die Feld ... auf die Hände gedrackten. Hör ich mal hoch. So. Alles gut. Bist du okay, Partner? Nein. Nein, ich bin nicht. Ich bin ein Biss. Na, du bist nicht tot. Hier ist das. Gib mir Brooks. Ich denke, es ist besser für uns beide, wenn wir das nicht passieren. Ich glaube. Ich verstehe. Du hast meine Leben. Du bist ein guter Mann, und ich... Hier. Willst du eine Karte? Das ist eine der Stille. Oh. Das ist sehr nett von dir. Aber ich bin nicht ein guter Mann. Jimmy Brooks. Nicht normalerweise. Du wißt du? Ich war in Blackwater. Ich töte Leute. Und vielleicht sollte ich dich töten. Würde ich dich töten? Jimmy Brooks? Ich? Ich habe dich nie gesehen. Nicht, 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 nie. Ich denke, wir haben ein Verständnis. Ja, haben wir. Jimmy Brooks. Ich werde mich daran erinnern. Ich habe eine gute Erinnerung. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Nicht, 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 nur ein Lick. Nicht, nur ein Sinn. In dieser jetzigen Geist. Tschüssi. Tschüssi. So, ich würde mich schon ganz gerne noch mal ein bisschen umschauen da hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle abgehauen sind jetzt schon. Und mit der Kutsche zurückgefahren sind. Schätz mal schon, ne? Da gibt es ja schon einen geilen Scheiß. Was ist hier los? Warte mal. Warte, warte. Wo? Ein Pferdchen? Ich will schon mal gucken, was sie ist, oder? Was sagt er? First Winter. First Winter. Okay. Kommt drauf an. Was kostet sie? Ja, 50 Cent können wir mal investieren. Ticket, please. Right there, just head inside the tent. Okay. Folks, I'm gonna tell you a morality tale from when our country was young that the settlers used to tell about the woods of Massachusetts and the creatures that lived there. One summer, a bear was by the stream. An old man Wind appeared and said, Bear, I shall blow a mighty cold upon the land and gorge yourself on fish and meat and go find a den. Then, sleep. Not for one night, but for 60. Go tell all the animals of the forest what I have told you. Bear was sad because the fish were crying. And now, he had to eat them. But he knew to do whatever the wind told him. The animals of the forest often teased Bear and said he was slow and lazy and foolish for listening to old man Wind. You're talking to the wind again, eh? laughed the rabbit. I think Bear has finally taken leave of his senses, said the turtle, and he's getting so rotund that even I could outrun him. I'm smart and quick, said Rabbit. I'll outrun old man Wind if he comes a-calling, or you, since you're into eating your friend, the turtle said. If wind comes, I'll just hide my shell. Then Bear went and warned Coyote and Possum that they should prepare for a long, cold winter. It's so hot, said the Coyote. There's plenty of time. The lazy Possum said. There's an abundance of food. Maybe I'll just store some in my pouch. Even squirrel friends made fun of Bear. They laughed and laughed and squibbled and squabbled. Oh no! He was a good Bear, and he always did what old man Wind told him. He went and found a den, snuggled inside, and fell fast asleep. Bear snored and snored for many days. When he woke up, he saw a spring had come. He was very hungry, so he walked outside. As the snow melted, he saw all his friends, who hadn't listened, frozen, and just ready to be eaten. And that's why the Bear hibernates. So listen to your elders, and do just what you're told. See? All right, I understand. Well, I'm going to go. Absolutely. Let's go. So, let's go. Let's go. Maybe we'll go in the saloon or something? I don't know if we can open it yet. Oh, am I glad to see you! There you go. Okay, that's still the grocery store. Yeah, all right, there we go. Oh, Arthur, Arthur, come here, come here, come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a toughest-tick mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussycat. Exactly, yes, she's a pussycat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Wasn't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say... That's a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charming. Where's Bill? Oh, man, I dread to think about it. Hey, 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 there he is. Watch where you're going. Take it easy, pal. Take it easy. Oh, and we have our answer. Oh, schon gibt's aufs Maul, ey. Junge. Mein Hut ist runtergefallen. Ich glaube, es hackt. So, mein Hut aufheben. Was ist los? So, was habt ihr hier noch? Absolut. Der ist weg. Oh, wer ist hier denn? Oh, oh. Das ist wahrscheinlich Bud Spencer. So, den nochmal auf weg. Alter, was ist denn hier los? Oh. Uh. Oh, oh. Scheiße. Come on, pretty boy. Really, boy? You're kidding me. Really, boy? Go on, Tommy. Make it a rip- Oh, hey! You okay there, Rupert? Yeah. I got this shit, bitch. Oh, oh. Oh, oh. You look like so pretty when I'm, though. So. Ah, Junge. Come on. Yeah. Kill him, Zonit. Come on. Come on. Let's see it. Come on. Yeah. Arthur, Mensch, jetzt mach mal. Oh, nicht schlecht. Alter, lass das mal. Alter, lass das mal. Au, Mann. Stopp, stopp, bitte, bitte, bitte. Ich bitte, stopp. Komm, Herr, du hast bereits gewonnen, sicherlich ist das genug. Welches Business ist deinem? Oh, Business. Keine Business, Sir, aber bitte, ich bitte. Wir machen wieder neue Freunde, ich sehe, Arthur. Schau mal, wer wir gefunden haben. Josiah Trelawney. Das gleiche. Ach so, ich dachte, dass du nach New York ging. Und schaue all diese Glamour. Du musst dich blöken. Wie war ich? Na, ziemlich gut, doch. Ich bin in Blackwater looking for you, gentlemen. Du bist nicht sehr populär da, es scheint. Ah, Javier und Charles. Ich schaue dich. Und Bill, wie gut wie es kann. Gentlemen. Oh. 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 Ich bin im Mund. In der Gegend. Ich bin im Mund. Ich bin nur in Blackwater. Ach. Ach. Ach so, wir sind echte Element. Ja, man. Tatsächlich händer. Es gibt Pinkertons überall zumikanischen Land, aber wenn er live ist, müssen wir versuchen. Ja, natürlich. Es sind Sie, sie wollen, Dutch. Immer ist. Charles, spüren Sie, was du kannst. Was war es schon, oder was? Gibt es das auch insauber? Oh man. So, ich wollte ja eigentlich ganz gerne mal gucken. Gibt es da noch so ein, gibt es noch jede Menge Sachen, ne? Drugs, okay. Die haben wir jetzt nicht auf, ne? Oder doch? Ja, bis zum Morgen warten wir, klar. Saloon, hier ist noch einer. Ja? Können wir da rein? Bam! Come on, Sir, try to remember what really happened at Sylvia's Saloon back in 76. Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, Sir. It's history. Ancient history. Who's your friend there? Ha! Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lusie Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me, and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm going to write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity... Shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest. And then, if they get uppity, shoot them? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to them. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other Flophouse. Krass. Okay. Jetzt haben wir natürlich jede Menge Fotos. Lass mal gucken, ob wir hier Rouse finden. Wie kriege ich denn angezeigt, wo die sind? Weiß ich nicht genau. Kleiner Moment. Story, Fortschritt, Pipapo, Spiel wahrscheinlich. Nee, Quatsch. Mein Zeug finde ich jetzt nicht so richtig, ne? Ich muss natürlich dann, ähm... ... ... ... ... ... Okay. Langweilig. Gegenstände, okay. So. Und das sind aber die ganz normalen Gegenstände. Ja, das hätte ich mich auch gefragt. So, was ist mit meinem Pferdchen? Hat das keinen Bock, oder was? Ah, ist außer Hörweite. Leute. So, Drax hat zu... Der Sheriff hat auch immer auf. Sheriff, mein Freund. Gut, ich sollte vielleicht nichts klauen beim Sheriff, aber der hat wirklich zu, ne? Was machst du da, Digga? Nein. Weil der Kopf geht, woher denn? Junge, Junge, Junge. Na super. Kann mich jemand hier rausholen? Hallo? Na toll. Wenigstens ist jetzt noch ein bisschen gepennt. So, was gibt's hier, Drax? Mal gucken. Das ist der Dock, ne? Hat der schon auf? Jo. Howdy! Starker Arzt, ne? Okay, kaufe ich mal eins. Schlange-Öl. Okay, den Rest habe ich alles. Okay, ganz nett. Hau rein, Alter. Ich muss wieder los. Ne, 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 ne. Leute, die sind immer noch über den Kampf, ne? Ich bin nicht. Ja, fair genug. Jetzt ist Tommy. Anyway, wie kann ich dir heute helfen? Danke. Alter, da muss ich richtig ablatzen. Ich habe keine Tatas. Muss ich mal ein bisschen sparen. Wow. Oh, 200 Mäuse kosten die Sachen. Schönes Gewehr. Und Sniper, was kostet das? 190, alter. Freundliche Pumpgun, Dankeschön. Katatsching. Revolver Munition. Okay, danke. Na, ich kann nicht hier die ganze Kohle für, oder? Kann ich schon. Das ist aber nicht, was ich brauche, ne? Das ist nur Munition. Was haben wir denn noch? Oh, das hätte ich früher wissen müssen. Scheiße, 58. Verbesserter Waffengürtel. Munitionskapazität um 50%. Alter, 45. Bin ich hier gleich pleite. Okay, ich muss noch ein paar coole Sachen machen. Waffenöl, alles klar. Das ist es, ne? Okay. Accessoires. Okay, da steht es. Okay, das war nice. See you. Okay, 14.000 Gewehre. Okay. Ja. Guten Morgen, Herr. Just so, wie ich es gesagt habe. Warum kann ich nicht striegeln? Ich raff's nicht, ey. Wir haben das eigentlich jetzt alles angeschaut. Wir werden nochmal eben kurz hier gucken, was haben wir da noch. Warte mal, was war das? Das war der... Hier hängen die nur ab, ne? Okay. Law Office. Okay. Mr. Ryan. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, watch you auch. Out of the damn way. Okay. Bam. Das ist die Bank. Okidoki. Was kann ich hier machen? Aha. Deposits. Wo ist er hier? Okay. Interessant. Okay. Das ist das Hotel. Das ist der General Store. Da waren wir schon. Jetzt waren wir drüben. Ah, Saloon. Closed. Ja, okay. Okidoki. Oh, nice Kutsche. Drüben ist noch die Kirche. Okay. 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 Komm, da rein. Nö. So ist jetzt nicht. Ey, wo ist mein Hut? Ich hab mein Hut schon wieder verloren. Ey, so eine Scheiße. Was ist denn hier los? Closed. Was will der? Ja, dann gehe ich weiter. Hm. Ist er irgendwie genervt, oder was will der? Was von mir? Ich hab ihn mit thugs wie du. Ich denke, du kannst du deinen Weg durch die Leben. Du glaubst das? Ich bin in die Schöpfung, looking for ein neues Riffle, und es ist kaum ein Riffle, das kostet weniger als zwei Wochen. Der Nerv. Okay, boy. Morgen. Okay, lassen wir mal hier gucken, ähm, ja, warte mal, ja, ist ja gut. Das ist ein Office, ne, okay, da kann man sich entweder freikaufen, glaube ich, ne, oder? Das wie bei Red Dead Redemption ist, dann... So, wo ist das hier, da vorne irgendwo? Hallo? Achso, andere Seite. Ah, Zugfahrtkarte, Kopfgeld bezahlen, okay. Ah, okay. Ah, okay, New Nova, okay, da sind unterschiedliche Kopfgelder im Land, okay, das ist cool zu wissen. Schöne Karte. Und Bahnticket kann ich hier auch kaufen, sehr cool, nur wohin? Achso, das könnte ich eigentlich mal gucken, ne? Und was kostet sowas? Okay, nach Hicks, wo ist denn hier? Okay, kostet so 4, 5 Dollar, 10 Dollar, St. Dennis, okay. Hm, ich habe keine 10 Dollar, ich muss los. Okay, gut zu wissen, wir können auch hier, äh, ganz normale Karten kaufen, reisen dann durchs Land, das ist cool. Ja, ist ja guti. Okay, das ist ja guti. Um'm, richtig Mist. Okay, wir warten. Nice, Schafe. Sehr gut, Leute. Was ist das da hinten? Ausdauer. Nur am rumrennen. Okay, Boy. Ich würde mal sagen, wir reiten mal zurück zum Lager. Ja. Oh. Oh. Oh, da hinten, was ist das? Kleine Schafherde. Irgendwas bist du für einer? Ein toter Hahn. Oh, Entschuldigung. Alter! Aus Versehen übers Schaf geritten. Okay, here we are. Ja, ich werde dann erstmal pennen und melde mich beim nächsten Mal, okay? Also, mein Hut ist weg, was für eine Scheiße. Also, bis denn, tschüss. Okay. 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 Okay.